Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen auf diesem YouTube-Kanal. Mein Name ist Max. Ich bin Gnichel. Und gemeinsam sind wir The Greatest Show. Herzlich willkommen hier auf The Greatest Show, eurem Musical-Kanal auf YouTube. Mit diesem Video wollen wir uns euch erstmal vorstellen, wer wir sind, was wir machen und was ihr hier zu erwarten habt. Mein Name ist Max, ich bin 29 Jahre alt und Musical-Sammler. Ich habe mittlerweile über 700 Musicals in meinem Repertoire und immer auf der Suche, dieses zu erweitern. Und zu meiner Rechten ist der Gnichel. Ich bin Schauspieler, Moderator und Sprecher. Ich spiele momentan im aktuellen Jahr, jetzt 2018, den Bürgermeister von Neustadt im Bibi-Bloxberg-Musical Hexen-Hexen-Überall sowie in drei Haselnüsse für Aschenbrödel den Freund des Prinzen namens Karl. Wir beide haben uns damals in der Musical-Company Pinneberg kennengelernt und unsere gemeinsame Liebe zum Musical entdeckt. Und da haben wir diesen Kanal gegründet, um euch unter anderem Folgendes zu bieten. Euch erwartet hier Musical-News. Und zwar, was passiert momentan in der Welt des Broadways des Musicals? Was für neue Stücke, was für neue Produktionen, neue Besetzungen, neue Casten, neue Erscheinungen? All sowas, darüber werden wir euch hier informieren. Außerdem werden wir für euch Musicals testen. Also wir gehen in Musicals hinein, schauen diese an, bewerten die wir danach für euch in unserem Punktesystem und geben ein umfassendes Feedback und eine umfassende Kritik zu diesen Musicals ab. Vielleicht habt ihr ja Ideen, was wir so gucken können. Schreibt das doch mal unten in die Kommentare rein. Außerdem erwarten euch Interviews mit Musical-Darstellern, mit Menschen hinter den Kulissen, Regisseuren, Bühnenbildern, alles was dazu gehört. Wir wollen euch die Szene ein wenig näher bringen, euch ein wenig Insider-Wissen bieten und natürlich auch die Welt des Musicals ein wenig vorstellen, sowohl einzelne Stücke als auch das Genre des Musicals generell. Wenn wir Leute dazu bekommen, hier vor unserer Kamera ein Interview für euch zu geben, dann werden wir euch das vorher bekannt geben, sodass ihr Fragen stellen könnt, die wir dann den entsprechenden Personen weiterleiten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei The Greatest Show. Wir werden ihn auf jeden Fall haben und jetzt geht es direkt los. Und Black!